So, Leute. Willkommen zurück zu Black Book. Ja, Faum begrüßt uns hier an der Mühle. So viel Mühle, so viele Sacrificen. Sacrificen. Ich habe Geld, Vodka, Pohrisch. Es ist noch nicht genug für Vakul. Er nur möchte Leben. Hast du ein Pakt mit den Wadenoi hier gemacht? Ja, das ist mein altes Wachstum. Ich habe hier gearbeitet. Als ich es gebaut habe, habe ich ein Pakt mit Vakul gemacht. Er sagt mir, es ist business als usual, so ich dachte, ich würde es bezahlen mit rubeln. Es ist niemals so einfach mit Demons. Ein paar Jahre später, er hat sich angefangen zu spielen mit Schäden. Sein Weg zu fragen, für seine Sacrifice. Ich wollte nie jemanden, und so er hat ihn nicht. Er hat es dann für sich selbst gemacht. Ich hatte ein Freund, ein Mann, der Pohrisch. Ein Mann, ein Mann. Ich mag ihn sehr. Und der Wadenoi legte ihn ins Wasser. Der Dämon hat ihn verraten. Verstehst du das? Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, was bisher war. Also, ähm, Vaum sagt er, er wusste nicht, dass das seine Tochter ist, die ihn da angreift oder die Leute umbringt. Ähm, sie ist zwar ertrunken, aber er wusste nicht, dass der Wadenoi das war. Also war cool. Und, ähm, er hat anfangs hier in der, in der Dings gearbeitet. Ähm, er war selber hier halt Arbeiter, hat gehandelt, aber er hat ihm, ähm, Wodka, Pohrisch und, und Geld halt angeboten. Aber er wollte nur leben und nachdem er kein Leben opfern wollte, hat er sich dann seinen, ähm, Mitarbeiter geholt, den er eigentlich sehr mochte. Und dann, ähm, er hat ihn gekillt, äh, er hat sie getötet und für ihn ist es halt, dass, ja, für ihn ist halt doof, weil er wollte das alles offenbar nicht. Wie hat der Wadenoi dich in den Salzwerken gefunden? Diese Faktorie ist weit weg. Ich dachte, ein anderer Wadenoi hat dieses Ort geschafft. Und so war es in dem Anfang gewesen. Ich habe ein bisschen Geld gemacht, um das Weed zu machen. Erst habe ich eine kleine Faktorie gebaut und dann hat es gespandelt. Wir haben einen langen Fein mit einem anderen Wadadamon bekommen. Er wollte keine menschlichen Verkaufs. Oh, also er ist weggegangen und hat gedacht, da wäre ein, ein anderer Wasserdämon halt, der das Ganze kontrolliert. Und es war auch so am Anfang. Aber, und der, der wollte keine menschlichen Leben haben. Aber Vakul hat ihn wohl besiegt und hat sich seinen, seinen Bereich mit unter den Nagel gerissen, während Fahom das nicht wusste. Okay, und dann hat er ihn halt wiedergefunden. Und ja... Was ist mit Ihrer Frau? Meine Frau... Sie hat nichts zu tun damit. Wenn Vakul mich hier gefunden hat, er... Ich glaube, er wollte mir eine Sprache erzählen. Yevdakir ging in Selikamsk in Winter, durch Sleigh. Die Eis... ...brennt hinter sie. Keine Ahnung hat meine Frau, und sie haben die Sleigh. Okay... ...die Zeit... ...ich... 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 ...deine Tochter... ...wurde halt von dem geholt und er glaubt jetzt Gott... ...Gott hat ihn... ...bestraft. Ich denke, du kannst heute mit Vakul sprechen. Oh, ich werde. Das verdammte Schot, ich werde. Ich denke nicht, du kannst ihn nicht. Nur ich kann. Außerdem... ...ich... 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 Okay, sie... ...also... ...er kann mit ihm reden, aber er kann ihn nicht besiegen... ...und wir... ...wir können es mit ihm aufnehmen, wir können ihn aber auch nicht umbringen. Ich denke, Vakul wird schneller verkaufen, wenn du den Mehl startest. Kannst du. Ich habe es bereits inspektiert, während ich erwartet. Ich habe die Schotze öffnet... ...aber das Schotze geht nicht. Der Schotze ist weg. ...und er ist weg. Ich kann es nicht spüren. Ich kann es spüren. Diese Schotze können sie spüren. Es ist ein Schade. Es sind einige davon zu weit weg. Es sind nicht genug Pädel auf dem Rad. Schau mal ein bisschen. Wir sollten hier genug haben. Dann werden wir es beginnen. Ich warte auf dich in der Mitte. Ich werde das, was ich kann. Okay. Ich werde ein paar Bord für dich finden. Okay. 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 Gut. Wir haben jetzt ein Brett für die Mühle. Ich sammle erst mal ein, was wir mitnehmen können. Die Tiefe. Da sind noch Bretter. Was kann ich bei der Tiefe machen? Ja. Stille, Wasser und genauso tief. Ja. Okay. Haben wir jetzt noch ein Brett gekriegt. Okay. Okay. Das blockiert das Wasser, was halt zur Mühle gehen soll. Ein Rammschackelmüll. Wir sind glücklich, dass es noch steht. Glück, dass er noch steht. Wir gehen mal ans Ufer. Weil ich glaube, wir brauchen mehr. Oh. Guck mal, wer hier ist. Unser alter Freund ist Kraut. Nein. Um. Wasia. My father. Is he also here? Yes. On the mail. Want to speak to him? I can't. Bakul won't allow it. He's not here yet. I can't disobey him. No matter how much I'd like to. I need the blades. For the wheel? I know. Here's the blade. Take it. The Rusalka gives you a part of the mechanism. There's something in this name. Bakul. A bit of Burm. You think? I feel he is close. The water drops from here to the wheel. If the Vodenoid doesn't help the miller, the wheel will break down very quickly or stand still all together. Okay. Da haben sie die Texte irgendwie ein bisschen vertauscht. Ah, bisschen Wasser davon. Oh, 20% Chance, dass Herbs nach dem Benutzen nicht verschwinden. Das ist mächtig. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Wie komm ich denn nochmal ins Menü rein? Hier. Das ist mega mächtig. Wartet. Wartet mal. Ich habe hier nicht irgendwas. Inquises. No. For Fortrancy in the beginning. Strengthen. 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 Hm. Bless Demon. Increases Bless Strengthen of Prayer Ja Dieben Schild in der ersten Runde 4 plus 1 The first Sagawa has always glass Demon Page Ja, ich bin am überlegen, was ich rausschmeiße Weil das ist, das ist sehr mächtig Ich glaube, ich mache das da raus Dann heile ich halt eins weniger Aber dafür habe ich eine Chance, dass die Dass die Sachen bleiben Okay, habe ich genug? Ah, Vasilisa 3 Bladen, das ist genug Well, wir haben alles, was wir brauchen, um das Knochen zu starten Okay, das ist genug Ja, leg los Der Saltworker Er hat schnell die Mechanismen Er sieht, wie er es viele Mal getan hat Soon Das squeaky wheel macht eine Rotation 橋wer Dann 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 Hallo war cool. Meine Lieblingsmitte und ihr süßes Buch. Ich bin so glücklich, dich wieder zu treffen. Grüezi, Vadinoy. Gut, 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 Bakul. Ah, meine alte Lieblingsmitte. Kommt, um eine andere Worte zu verbrechen. Ich habe dir nicht gesagt, zu sprechen. Eine Wasser-Stream knackt den Salz-Werker und die Rusalka von ihren Fuß. Du machst einen wunderschönen Geist, Vasilisa. Ist das, was wir in der Perm-Region tun? Sie sind noch Serfs von ihrem Master. Es gibt noch keine Serfs. Silenz. Es scheint, dass Bandits noch keine Offenung machen. Ist das ein Problem, Vasilisa? Die Bandits wurden von Tiemens getötet. Du hast die Aufgabe verletzt, aber ich mag dich, Rich. Sag mir, was du willst. Oh, was möchte ich? Ich möchte beides. Ich, ich bin, ich bin richtig, ich bin richtig gierig gerade. Ich brauche die Säule und die Rusalka zu verbrechen. Was gut kommt, dass sie mit dir mit ihr behalten? Sie ist eine schöne Mädchen. Das ist, warum ich sie behalten, weil sie nett ist. Ich bin nicht impartial mit der Kompassion. Also bin ich bereit, einen Deal zu machen. Du willst beide? Dann brauche ich Gold als deinem Verbrechen. Jeder Wunsch hat seinen Preis. Mein ist ein kleiner. Okay. Okay. So ist es. Du holst das Gold in das Wasser. Glück mit dir mit dir, Witch. Der Vajinoi bemerkt das Buch, bevor er in die Dämpfe verbreitet. Der Rusalka bleibt auf dem Boden. Okay. Das war einfach. Er hat uns das Siegel gebrochen. Und sie freigelassen für nur 100 Gold. Oh, entschuldige mich, Dusa. Du wirst wegen mir sterben. Nein. Denkst nicht, dass du dich selbst schuldigst. Ich bin jetzt frei von dem Wasser-Dämonen. Ich habe noch keine Antwort auf meine Sünde. Warte! Wir treffen uns bald wieder. Auf Wiedersehen, Vater. Die Rusalka riecht auf dem Salzwerker. Und zerbricht in ein weißes Licht. Auf dem Weg zurück. Du schützt Pahol mit den Geschichten von Leben nach dem Tod. Aber er scheint glücklich zu sein, wie es sich ausgesehen hat. Ja, also sie hat gemeint, wir sehen uns eines Tages wieder. Ich bin noch nicht frei von meinen Sünden. Er ist wahrscheinlich ins Jenseits gegangen. Und sie ist in einem Licht jetzt verschwunden. Also wahrscheinlich ins Licht gegangen. Und Varum ist traurig, aber er scheint glücklich darüber zu sein, wie die Sache ausgegangen ist. Und ich auch. Also wir mussten nicht mal kämpfen. Oh. Hier sind wir wieder. Aber da ist jemand anders. Oh. 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 Okay. Also wir haben ihn hier. Das ist doch der eine, der bei den Saltworks war, der nicht daran glaubt angeblich. Und die Spinnerin, die meinte, es gibt zu viele Konsequenzen. Die Leute reden über sie. Also über uns wahrscheinlich. Und ja. Sie würde eine... Sie haben zugestimmt, eine Hochzeit zu beschützen. Sie muss denken, ich würde sie verfluchen. Oder die Hochzeit halt verfluchen. Wenn sie Knie in mich steckt, werde ich ohne irgendwelche Kraft. Geh zu Pakcha. Sie werden dich nicht erwartet. Ich habe bestimmte Gefühle darüber. Ich habe sie in der Stadt gesehen. Nicht jeder kann diese Gefühle. Du solltest besser sein. Ich habe dich nicht für nichts taught. Du solltest die Schwäge auf einen equalen 40. Es wird nicht easy. Aber wenn sie wirklich hat das Buch. Ich kann endlich mal diese Kraft kontrollieren. Genau. Genau. Da du wirst. Und wenn das ist wahr. Du kannst alles machen. So geht die legend. Okay. Sie hat ihn unterrichtet. Also den kennen wir ja. Auch wenn er hier ausgeschwärzt ist. Und ähm... Er... Er will wohl irgendwas. Und er... Er will sich mit uns anlegen. Okay. Ja. 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 nach oben und wir sehen uns, wenn es weiter geht, mit ähm hier, ne, ihr wisst schon Blackbook und so, ne, bis zum nächsten Mal Tschüss